jetzt kommt nämlich tropfstein inferno das hast du gesehen natürlich aber auch das k-level können wir uns kurz machen meinstens einmal da glitzert hier der boden dann so na gut wenn ich gedacht guck mal hier gibt es da vorsichtig keine ahnung der hervor sie hat doch nicht hätten zeit gehabt man kann sich aber auch töten guck mal was hier drin ist steckt mal wieder oh gott da oben ist auch schon ja bei dem fisch kann man hauen ich glaube ich habe es ausgelöst moment wir brauchen eins und werfen nehmen dieses natürlich ist aber zu schnell einsam okay da unten ist schweinchen das geht jetzt aktivieren und jetzt kann der hier mal kommen ich bin sehr souverän in ihn reingerutscht oh komm her du mach dich fertig ich fall runter so jetzt hier ein bisschen platz schon das dritte guck mal wie der hier abgeht ratzfatz ein puzzelt ein nach dem anderen der mitgenommen skorki ist schon ja da oben wahrscheinlich ist irgendwie was ja kommen wir da dran vielleicht lassen wir die bombe einfach mal da explodieren ich glaube hier ist ein bonuslevel wieder eins mit eis dann brauchen wir nur rennen oh ich bin tot mach nacheinander und machen ruhe was zeit ich gucke schon mal ob da unten was ist so schön alles einsammeln ja alles gut war kein stress so jetzt mal die letzten beiden sehr gut locker drei sekunden 10 prozent über da kommen wir schon aus so aus jetzt wird das auch noch unterfallen ach so ok dann kann man einfacher da hoch auch das schon da oben ist wieder was wo kommen wir ja kommen wir wieder ich mache ihnen derzeit ein bisschen so schaue ich auch und nächstes fluselteile. Gehe ich nämlich mit, ne? Oh, 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 Pinguin. Was? Ich bin verwirrt. Was wollen die von uns? Okay, der fällt einfach runter, wenn man dann haut. Der ist ja so ein Hamster oder Mäuschen oder so, dass er trinkt. Hamster oder Mäuschen. Man weiß es nicht genau. Ah, mit Schwung und... Mal wieder landen, irgendwo. Ich möchte wieder selber laufen. Hier ist jetzt ein bisschen Platz. Komm, geh mal hoch. Oh, prüsten alle. Hä? Skorks hat was. Wenn man da reinfällt. Niemand fliegt da. Wir müssen bestimmt alles einsammeln, was hier so ist. Aber nein. Oh, oh, da oben. Na gut. Voll. Sag ich ja, wir müssen alles einsammeln. In dem Bonus-Level da hinten. Ja, ja. Tramonis springen. Aber jetzt bitte. Nicht direkt töten? Nee. Okay. Du auch nicht. Nee. Ich mach hier unten die. Die kann ich gut. Okay, dann höre ich immer nach links rüber. Ich hab meine Seite gemacht. Also. Und was mit der Mitte? Ja, guck mal. Kannst du aber jetzt auch mal machen. Alles. Alles in einem Sprung. Das liegt daran, weil du so ein dicker Affe bist. Ja, was? Das ist, weil ich so filigran... Wohlproportioniert dafür. Sehr geschickt gesprungen bin. Ich bin tot. Du bist tot. Musst du denn alles nachmachen? Ja. Ich bin mein Po-Bind. Vorsicht, das Feld runter. Ja. Ja, kannst bestätigen. Hä? Also. Was ist das? Was war ein Pinguine? Ey, du dober Pinguin. Nicht einfach hauen. Kann ich gut machen? Nee. Ist das drin? Und fass. Ich nehme das mal mit. Ich bleib mal hier. Oh, toll. Ich brauche ein bisschen mehr Schwung. Sonst läuft der echt rüber. Kommst du? Ja, ich bin noch einen Weg zurück. Ich hatte nicht damit gerechnet, dass du den Moment daran ziehst, wenn ich gerade wegspringe. Hm. Haben sie geschafft. Ich habe ja nicht gesehen, dass du wegspringsst. Hat er ins Bokina Geräusch gemacht? Weiß ich nicht. Ah, ich habe nicht drauf geachtet. Nee. Und du ja anscheinend genauso wenig. Natürlich geht die vielleicht kaputt. Hauen. Oh, nee. Oh, oh, oh. Oh, das wird ungemütlich. Ab dich. D-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d. weiß ich nicht können wir jetzt gucken alle wunderbar dann brauchen wir nicht zurück ja es kommt jetzt gleich noch bestimmt ganz knapp natürlich natürlich werden die weg leben immer noch mit der mir nach drüben allein hat sie nicht festgehalten er hat gar nicht den arm lang gemacht mit den armen mit den kurzen stummel ärmchen der hat doch keine stummel ärmchen meine ja deine aber der donkey der hätte sich doch mal festhalten können ein bisschen anstrengend war vielleicht ein bisschen zu weit weg so jetzt aber hier rüber und jetzt haben wir direkt weiter hier drin und nach hinten und hier muss man sich anscheinend beeilen sonst wird man ohne manchmal muss ich beeilen manchmal nicht manchmal manchmal oben ist die da toll wie sollte man das hinkriegen ohne die hälfte kriegt hier geht alles alleine hallo was okay weil es hier los kriegt man das wahrscheinlich im richtigen moment kein problem wir haben ja noch ein paar versuche zeit gibt irgendwann lerne ich doch das hier was gab es hier gibt es hier wenn es gibt hier meine wandern affe schnell abziehen so ich wollte mich beilen ja hat auch nicht geholfen haben wir noch 34 leben irgendwann kommt die hektik und da merkt man kommt da wird es nicht besser oder ne uuuuuf ok jaaa oh ne es tut immer alles ab konzentrieren nicht anschreien motivieren motivieren Binguin Binguin Komisches Viech Immer schon mal wieder zwei Münzen Die wir gut gebrauchen können So, schnell weiter Die Münze haben wir auch gebrauchen Die Münze auch Dann schnell hier rüber, schnell hier hoch Hier ein paar Bananen einsammeln Runter, rüber, fertig So, nach da Nach da Hier kann ich ja nur reinballern Da hab ich ja gar keine Chance Hä? Hier ist jetzt, glaube ich, immer durchballern Angesagt Na, ich mach mir trotzdem irgendwo rein Oh, und da muss man warten Ist klar Hast du's schon durchschaut? Mit dem G? Nö Ich hab eine Münze geholt Dafür zwei Leben verloren Ist ein schlechter Schnitt Ja Nehmen schon mal wieder zwei Münzen Die sind gut Dann hier runter Hier hoch Rüber Münze Und Münze Rüber Banane Versteh ich nicht Vielleicht mit einem Zwischenschuss mal Dass man einmal kurz wartet Voll reingeballert Ja, aber wenn das geht Ja, ja, nee Ich wollte jetzt noch nicht rein Ich wollte gucken, was hier passiert Was kaputt geht Wir brauchen das G Wir brauchen auf jeden Fall das G Ich weiß noch nicht wie Ich versuche es jetzt mal mit einem Schuss So ein Zwischenschuss Also einmal schießen Wieder in das Fass Und dann rüber Ob man dann in dem richtigen Im Grunde muss er nur im richtigen Moment rüber gehen Wenn das gerade runter plumpst Also nur Ja, ja Ganz einfach eigentlich Ja, fällt fest Locker Gar kein Problem Ich wollte ein bisschen Zeit rausholen Dadurch sind wir jetzt nämlich Einen ganzen Meter weiter vorne Das war sehr gut Sehr geschickt war das Auch vom Machen Mh Einfach einmal hier so Und dann rüber Immer noch nicht Aber vom Grundsatz her Von Grundsatz her Gar nicht so kacke Aber ein zweiter Schuss Darf glaube ich auch nicht sein Oder? Vielleicht hat doch Na gut Das läuft ja hier Relativ erfolgreich Fast Dass hier direkt mal So vier Münzen wieder gibt Und ein paar Bananen Und dann hier rüber Hier so Den mitnehmen Hier schnell rüber Noch ne Münze Hier rüber Hier rüber Ich hab's noch nicht so richtig Verstanden Bleibt ja schon fast nur Zweimal schießen Zweimal direkt schießen Und dann Wieder rein Und dann rüber Und was ist wenn du Ich in das Das obere Fass Einschießt Dann komm ich nicht mehr zurück Oder ich fahre einfach Eine Runde hin Und noch ne Runde Wieder zurück Vielleicht ist das genau Die Dauer die man braucht Fragen überfragen Ich fahr halt einmal rüber Ich fahr wieder zurück Dann noch mal rüber Noch nicht gut Ach nö Hui Ich will das G Ich will das G Ich möchte ein G kaufen Oh ne Gs kann man nicht kaufen Du kennst Glücksrad nicht Ich kenn das Aber ich hab's nicht verstanden Okay Man kann nur Vokale kaufen Aio Alles weiß ich schon Okay Guck mal Ich musste mich jetzt hier Auf Aio Konzentrieren Und bin direkt Abgeschmiert Und noch ne kleine Runde So Hopps Nein Lande doch endlich Und die ist die ganze Zeit Immer so einen halben Millimeter Über der Erde Wieder hochgeflogen Auf einmal Dann konnte ich nicht springen Ich möchte jetzt das G haben Ich weiß nur noch nicht wie Das kann doch nicht sein Das muss doch irgendwie gehen Geh weg Komm auch verwarten Ah ne Dann kommt der andere Okay Auch doof Das sah jetzt gar nicht so schlecht aus Das sah gar nicht so schlecht aus Ich bin aber trotzdem nicht dran gekommen Ja Juuu Alles geht hier kaputt Also jetzt doch mit zweimal schießen Ich glaube das habe ich jetzt schon ein paar Mal gesagt Aber noch nie gemacht Ne 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 Ich will sie nicht kurz vorbeilassen So Hier rüber Hier rüber Hier rüber Hier rüber Schießen 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 Na jetzt auch noch nicht gut Habe ich auch nicht gesagt Ne Verbindung Ach du bist bestimmt wieder aus Das ist weil du dich jetzt zurücklehnst Und einfach nichts tust Die ganze Zeit Ich Ich Überlege Ah du überlegst Ui das ist noch nichts Du kannst das ja auch ein bisschen steuern Oh ein bisschen ja Oh schläf noch Habe ich nicht mit gerechnet Jo was war das denn Schlecht Ja ich habe gesagt ich wäre schon in dem Part wo ich die ganze Zeit drücken muss Die Suche nach dem Geht Ne Oh bei Ne Gefunden ist es ja Die Suche nach dem Weg zu dem Geht Okay vielleicht einmal schießen Bis ganz an den Rand fahren Und da erst wieder schießen Oh man jetzt ist aber langsam mal gut Jetzt schrei mich nicht an Was sagst du selber Hast du mich selber angeschrien? Ich bin jetzt vorsichtig Ja ganz ruhig Oh zu ruhig Geht auch nicht Ja entweder direkt Es wird langsam wieder wärmlich Oh das läuft hier so gut Das muss jetzt funktionieren Komm noch nicht mal mehr wieder bis da Das ist ja schlimm Wenn man hier an so Kackblöden Vor Dingern hängen bleibt So Kling Kurz abwarten Rüber Direkt Direkt Nein Okay also wenn er schon leicht zurückfährt Muss ich drücken Von dem Riesenklotz Erschlagen Ich habe noch ein neues Leben Jetzt schaffst du es Kann ja nichts passieren Rüber festhalten Rüber Münze Auf jeden Fall haben wir wieder viele Münzen Ja Können wir noch ein paar Leben dafür kaufen Hier ist wenn er wieder hochfährt Und rüber Und rüber Und rüber Und rüber Und ein Schuss Oh nein Das war zu spät Das ist total knapp Ja Total gemein Ja Okay Aber bevor wir nachher Game Over gehen Springst du bitte ins Ziel Nun was Dann müssen wir aber nicht nochmal alles nochmal neu machen Ja Das ist ja doof Das ist ja langweilig Wo bleibt denn dann die Spannung Wahrscheinlich können wir den Teil davor schon gar nicht mehr Wir gehen gar nicht Game Over Ja das Das wäre besser Verhört Jetzt sagt er dem Affen Affen Oder dem G Hast das jetzt Dass das nicht immer abhauen soll Ja Jetzt konzentrieren Jetzt nicht einfach irgendwie Ne Ne Hier rüber Und warten Und warten Und warten Und jetzt erst Und dann sind wir da Und springen rein Und nehmen einfach das Leben mit Und nehmen einfach ein Leben Leben können wir gebrauchen Ganz locker Sehr gut Im ersten Anlauf Ganz frisch Schwuppdiwupp Halbe Stunde später Level geschafft Noch ein Fass Noch ein Fass Noch ein Fass